Nach dieser zugegebenermaßen Blitzeinführung in Houdini wollen wir uns nun an unser Projekt machen. Wie gesagt, ich möchte gerne volumetrische Wolken erzeugen, um diese dann in Cinema 4D mit Hilfe des Arnold-Renderers zu rendern. Um Wolken zu erzeugen, gibt es in Houdini eine größere Anzahl an Tools und diese finden Sie hier im linken Shelf unter CloudFX. Das, was wir uns hier in diesem Tutorial anschauen wollen, ist das sogenannte Cloud Rig und dieses Cloud Rig braucht eine Geometrie, um daraus Wolken zu erzeugen. Um nun also hier eine Demo-Geometrie zu erzeugen, brauchen wir einfach nur die Tab-Taste hier über unserem Viewport zu drücken. Sie bekommen einen Zugriff auf alle Nodes und wir können jetzt hier also zum Beispiel jetzt mal schreiben, dass wir gerne einen Torus haben wollen. Sobald Sie anfangen zu schreiben, sucht Houdini automatisch in der Liste und wenn Sie das gefunden haben, was Sie haben wollen, einfach Enter-Taste, dann haben Sie den Torus geladen und noch einmal Enter, damit er eben im Zentrum der Welt nun auftaucht. Mit Shift-F kann ich meinen View nochmal zentralisieren, falls das noch nicht geschehen ist und nun können wir direkt die Parameter des Torus ändern. Dann entweder hier oben oder ich steige einfach mal per Doppelklick in diesen Torus hinein, schiebe diesen ein bisschen nach oben und nun kann ich hier direkt an den Eigenschaften dieser Torus Node arbeiten. Wir haben hier den Radius, den Center und hier die Columns. Ich gehe also mal hin und mache das Ganze ein bisschen runder in der gesamten Geschichte und den Radius hier wollen wir verändern. Dann die 1 möchte ich hier jetzt mal ein bisschen hochschieben und den Radius hier noch ein bisschen anpassen, also einfach hier mittlere Maustaste klicken darauf, wie wir das in der Einführung gesehen haben und ein bisschen nach rechts schieben. Damit ist unsere Geometrie sozusagen erzeugt und nun wollen wir eine Wolke erzeugen und um das zu machen, steige ich nun wieder aus diesem Geometry Level heraus. Also ich klicke hier auf OBJ oder drücke die Taste U, um abzusteigen und nun kommt es darauf an, wie diese Tools jeweils arbeiten. In den meisten Fällen müssen Sie ein entsprechendes Element wählen, in unserem Fall also auch. Ich will hier das Torus Objekt und danach dieses Shelf Element klicken. Und falls das nicht passiert oder nicht funktioniert, möchte ich Ihnen das kurz zeigen. Ich habe hier nichts gewählt und wenn man dann etwas klickt, so kommt hier unten in der Statusleiste in den meisten Fällen eine Nachricht, die uns mitteilt, wie das Ganze jetzt zu funktionieren hat und hier steht eben jetzt Select Objects for Clone Rig, please enter to accept Selection. Das heißt, ich wähle mir nun hier das Objekt aus, drücke Enter und nun läuft ein Skript im Hintergrund und das macht Houdini sehr, sehr häufig bei diesen Befehlen, die wir in den Shelfes finden, dass eben Skripte laufen und dann ganze Node-Trees aufbauen. Daher dauert es je nach der Performance Ihres Rechners eine Zeit lang. Und Sie sehen, hier hat sich einiges geändert. Wir haben also jetzt hier bereits eine torusförmige Wolke, wir haben einen Himmel außen herum bekommen, wir haben hier eine Sonne, ein direktionales Licht und das Ganze wird auch schon ein bisschen geschadet. Schauen wir uns die Nodes an. Ich klicke hier einmal in diesen Scene View und drücke L wie Layout. Daraufhin layoutet Houdini das Ganze neu und Sie sehen, aus einer Node sind direkt vier Nodes geworden und die sollten wir uns erstmal in Ruhe anschauen. Beginnen wir hier oben mit dem Torus-Objekt. Das ist unser Originalobjekt gewesen, was also den Torus erzeugt hat und Sie sehen hier auf der rechten Seite, dass dieses blaue Kästchen hier nicht mehr blau ist, sondern grau. Das heißt, dieses Objekt ist ausgeblendet worden. Sie erinnern sich an unsere einführende Lektion. Wollen Sie das Ganze also wieder sehen, können Sie hier darauf klicken und hier drinnen erscheint also ein Torus. Der ist aber jetzt natürlich nicht gut sichtbar, weil eben andere Elemente sichtbar sind. Wir haben dann hier eine weitere Node bekommen, die heißt auch schön Cloud from Torus-Object1. Das ist also das automatische Netzwerk, was hier jetzt generiert worden ist, um diese Cloud zu erzeugen. Und damit wir was Sinnvolles sehen, gibt es eben noch Elemente, die das Ganze rendern. Zum einen haben wir hier ein Skylight. Das heißt, das ist eine Art Skybox, die hier außen herum sitzt. Und diese Skybox selbst, wenn ich hier mal in die Eigenschaften schaue, hat eben ein Transform, wo sitze ich, eine Lichtquellenfarbe für den Himmel. Und wenn ich hier nach unten scrolle, so sieht man hier gibt es auch Tabs. Es gibt ein Sun-Tab, ein Sky-Tab und ein Ground-Tab, wie Sie das auch aus anderen physikalischen Himmelsimulationen kennen. Und wenn ich bei der Sun jetzt bin und mal ganz nach unten scrolle, so sehen Sie, okay, hier gibt es eine Verknüpfung in irgendeiner Art und Weise. Und diese Verknüpfung, die ist eben dieses Sunlight hier. Also die beiden sind miteinander verknüpft, das ist ein direktionales Licht und die werden eben synchronisiert, um eben hier jetzt einen sinnvollen Himmel zu generieren. Nun haben wir also unsere Beleuchtung. Jetzt wollen wir natürlich sehen, wie diese Wolke hier funktioniert und dafür machen wir einen Doppelklick hier auf Clouds from Taurus Object und damit steigen wir sozusagen in das Netzwerk hinein. Ein weiterer L-Tasten-Befehl bringt mir das Ganze wieder ins Layout und wir lesen diesen Tree jetzt einfach mal von oben nach unten. Das heißt, wir beginnen hier oben bei der Cloud Source. Wir können eine Node auswählen, um hier die Information zu sehen, aber wir sehen ja bereits das Ergebnis hier unten. Man muss sich klar machen, dass Houdini in diesem Sub-Level, in diesem Geometry Level eben immer nur eine Sache zeigen kann. Also wir können nicht mehrere Dinge gleichzeitig zeigen, außer wir templaten sie und daher kann man Nodes wählen, ohne dass sie gerade sichtbar sind. Das heißt, diese Cloud Source hier, die ist eben indirekt sichtbar hier über das Ergebnis, was hier unten über Cloud Light herauskommt. Und das sieht man hier an diesem blauen Eckchen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel mal nur die Cloud Source sehen möchte, klicke hier das blaue Eckchen und dementsprechend sehe ich wirklich das, was hier auf dieser Node steckt. Und das Schöne ist eben, dass man das ja schön trennen kann und beliebig arbeiten kann. Ich habe eben gesagt, man kann nicht mehrere Dinge gleichzeitig sehen. Ich würde das gerne nochmal ein bisschen konkretisieren. Ich schiebe mal die Cloud Source hier zur Seite, klicke hier hinein, drücke die Tab-Taste und sage mal Box. Damit kann ich mir einen Würfel erzeugen. Ich mache mal Enter und platziere das Ding dann beim Ausklick und ich schiebe mal hier diese Box dann einfach mal zur Seite, damit Sie diese etwas besser sehen können. Und Sie sehen, diese Box hier ist jetzt gerade im Wireframe angezeigt. Warum? Nun, sie ist nicht sichtbar, aber ich habe eben die Node gewählt, daher kann ich daran arbeiten. Ich könnte jetzt also hier das blaue Kästchen hier rüber switchen und dementsprechend die Box sehen, aber dann würde ich eben meine Cloud nicht sehen. Um zwei Dinge gleichzeitig zu sehen, kann man hingehen. Ich wähle also wieder die Cloud und mache diese aktiv und man kann sie templaten. Das heißt, wenn ich hier auf der rechten Seite dieses vorletzte Kästchen klicke, so bekomme ich ein Template von etwas. Das heißt, man sieht beides im Zusammenhang und könnte jetzt eben an beiden Dingen gleichzeitig arbeiten. Will man wirklich Geometrien verheiraten, so braucht man eine Merge-Node. Aber da das hier kein komplettes Houdini-Tutorial ist, gehen wir einfach hin, wählen das alle, drücken Backspace, um diese Node zu löschen und wir kümmern uns nun um unsere Cloud-Source. Diese Cloud-Source ist vererbt worden von unserer Geometrie, die wir hier oben auf dem Scene-Level haben und das kann man hier unten sehen. Wenn ich also hier mal nach unten gehe, so sieht man das Objekt, was hier Cloud-Source repräsentiert, ist im Dateien-Pfad auf Object Level und heißt Torus-Object 1. Also ähnlich wie im Dateien-System, man referenziert einfach irgendwo hin. Das wäre unsere Quelle für die Cloud und hier ist im Moment nicht viel zu machen. Gehen wir eins tiefer. Wir wollen jetzt also Cloud-1 wählen, also die Daten dieser Cloud werden hier jetzt heruntergeliefert und machen das auch mal aktiv und hier sieht man schon, dass das Ganze hier jetzt schon ganz pushlig aussieht. Das heißt, diese Node, diese Cloud-Node hier, wandelt unsere Geometrie um in ein volumetrisches Objekt und das geschieht in seinen Eigenschaften. Wenn wir also jetzt hier mal das anschauen, so haben wir als ersten Tab das Volume und wir sehen, dass das Volume unseres Polygon-Objektes abgesampled wird mit diesem Uniform-Sampling. Das heißt, hier haben wir also einen Sampling-Faktor von 50 und wenn ich hier jetzt also mal hingehe und das runtersetze, so sehen Sie, entsteht eine sehr, sehr grobe Form dieser Wolkenformation hier und je feiner man das haben möchte, desto höher muss der Wert sein, aber man muss sich auch klar machen, da muss Houdini länger rechnen. Houdini wird immer den Pfad bis dorthin durchrechnen. Das nennt man Cooken, also Kochen und dementsprechend muss man ein bisschen aufpassen. Schöne ist, man kann am Ende eines Prozesses, wenn alles so steht, wie man es haben will, die Werte einfach hochsetzen und kann eben was Schöneres herausgucken. Hier haben wir also die Auflösung, dann haben wir die Density, wie dicht das Ganze wird und man sieht hier, dass man hier also Ramps kennt, also genau wie wir das aus Cinema zum Beispiel kennen würden. Wir haben hier die Möglichkeit, diese Ramps anzupassen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sagen möchte, ich möchte hier ja anders arbeiten. Ich möchte also hier mehr nach innen oder nach außen. Man kann natürlich hier auch hinein klicken und neue Punkte setzen, um eben hier diesen Außenbereich weicher zu machen. Man kann hier unten die Interpolation ändern. Das alles kennen Sie ja auch aus anderen 3D-Programmen. Das kann man also einstellen, wie diese Volumen jetzt hier erstmal entstehen. Dahinter haben wir dann noch das Scatter Shape. Das sind ja hier bereits Elemente, die hier hinein platziert worden sind. Und wenn wir hier also schauen, wir haben einen Scale-Faktor hier oben. Wir können auch dieses Volumen-Objekt uns mal kurz als Polygone anzeigen lassen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Metabol, also so ein Volumen-Objekt. Und dementsprechend kann man sich dann ganz gut anschauen, wie diese Parameter arbeiten. Deaktivieren wir das, gehen wir ein bisschen nach unten. Dann können wir diese Quelle hier füllen lassen mit Fill Source, wenn wir also da rauf gehen. So sehen wir, dass jetzt dieser wunderschöne Torus, den wir am Anfang gehabt haben, in solche Bälle umgewandelt wurden. Und das ist genau der Trick, um eine schöne Wolke zu machen. Sie generieren volumetrische Kugeln an diesen Stellen. Und wie diese Kugeln generiert werden, das macht man hier unter Fill Source. Man hat also hier die Möglichkeit, die Größe erstmal festzulegen. Das hängt natürlich von ihrer Geometrie ab. Also wenn ich jetzt hier mal hingehe und sage, diese Wolken sollen kleiner werden, 0,1. So sieht man, bekommt man mehr Puschelwolkchen. Geht man hier hin und sagt 0,9. So sieht man hier gar nichts, weil einfach dieses Shape so gigantisch ist. Das heißt, man muss sich immer da ein bisschen anpassen. 0,4 wäre so das Limit. Dann sieht man schon, die passen kaum noch rein. Gehen wir wieder auf 0,1 zurück. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann haben wir einen Scatter Multiplier. Also wie weit diese Elemente auseinander scattern. Ja, das kann man also hier relativ schön spielen. Und wie viele wir haben wollen. Der Random Seed würde eben immer wieder neue Varianten erzeugen, das Ganze. Dann wie viel Noise wir haben wollen. Das ist ja ein Noise-Muster. Aufgrund dessen diese Punkte positioniert werden. Die Kugeln kann man also sagen, gut, ich möchte auch noch mehr Neues zulassen. Dann wächst das Ganze auch ein bisschen. Ja, 3,5 vielleicht. Und so shape man jetzt eben diese Wolke. Wir haben dann auch noch die Möglichkeit, hier unten sogenannte Secondary Shapes zu machen. Wir haben also jetzt erstmal die großen Sphären hier. Und wenn man möchte, kann man jetzt noch kleine Sphären dazwischen setzen. Das sind diese Secondaries. Man hat hier erstmal eine Anzahl davon. Also 150 und wie weit sie, wie gesagt, wieder auseinander gehen. Man kann das also jetzt hier verändern. Und hier hat man eben die Shape Size. Wie groß diese Sekundärwölkchen oder Sekundärelemente werden sollen. Auch das hängt natürlich dann davon ab, wie der Look eben der finalen Wolke aussehen soll. Jetzt sind wir schon relativ weit durch hier. Sie sehen, es gibt noch unendlich weitere Möglichkeiten, hier zu arbeiten. Eine weitere sehr schöne Funktion ist hier die Flattenfunktion. Die möchte ich noch kurz zeigen. Wenn ich mir also die Wolke hier mal von der Seite anschaue, so sieht man natürlich, dass sie nach oben und unten, wir sind ja vom Torus ausgegangen, ja symmetrisch arbeitet fast. Also wir haben hier keine Abflachung. Aber in normalen Wolkengebilden hat man eben sehr gerne Abflachungen. Und deshalb kann man hier mit einem Flatten arbeiten. Das heißt, sobald wir das hier aktivieren, haben wir nun die Möglichkeit, hier zuerst mal den Origin Point, also von wo aus Flatten arbeitet, festzulegen. Dann haben wir einen Abvektor, also in welche Richtung soll geflattet werden. Das wäre y, also daher 1 beim zweiten. Und dann können wir eben mit dem Bottom Scale eben arbeiten, wie stark wir das flachen wollen. Und das sieht man jetzt recht schön hier. Also Sie können hier den Punkt verschieben. Ich gehe mal hier kurz auf den y-Wert und schiebe den mal ein bisschen hoch und runter. Sie sehen also, das ist dieser y-Wert, den wir hier schieben. Die Richtung und wie viel wir abflachen wollen. Damit haben wir vielleicht schon eine ganz lustige Form hier generiert, die wir haben wollen als Wolke. Aber das Ganze ist natürlich noch viel zu gleichmäßig. Und um das zu verändern, gibt es die nächste Note hier. Und das ist die Cloud Noise. Ich wähle sie aus. Ich mache sie aktiv. Es dauert eine Zeit lang. Und schon sieht man, jetzt wird das Ganze wirklich mehr zur Wolke. Das Ganze ist, wie gesagt, eine Noise im Ganzen. Man kann also jetzt hier an dieser Noise relativ lang arbeiten, um ein Shape zu erzeugen, was einem gefällt. Man hat Oktaven und vieles mehr. Um also hier die Unterfeinheiten zu definieren. All das können Sie natürlich an einem ruhigen Winterabend ausprobieren. Und mit einem Element Scale kann man auch hier arbeiten. Also soviel erstmal zum Chaos bilden hier. Und um das Ganze dann abzuschließen, wird das Ganze zusammengebaut und mit der Lichtsituation kombiniert. Und das ist dieses Cloud Light hier. Das wäre also jetzt unser finales Ergebnis zuerst einmal. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein Torus hier oben, wenn man das also wählt. Und diesen Torus könnten Sie jederzeit noch verändern. Jetzt möchte ich Ihnen zum Abschluss dieses Tutorials noch kurz zeigen, wie Sie das Ganze rendern können. Und hierzu müssen wir nichts anderes tun, als hier einfach aufs Object Level zurückgehen und Sie den Knoten wählen, den wir rendern wollen. Gehen wir auf Render. Create Render Node Mantra. Das ist der interne Renderer. Und wir wollen hier die PBR Variante verwenden. Also einfach auswählen. Und man sieht hier, der Kontext hat gewechselt. Wir sind jetzt im Output Kontext und hier haben wir eine Mantra Render Node. Sie hat sich selber eine Kamera verlinkt, da wir noch keine angelegt haben. Sie heißt Cam1. Wenn man also hier reingeht, könnte man hier auch Kameras anlegen. Das spare ich mir gerade mal im Moment. Und um das Ganze dann zu rendern, wechselt man hier vom Scene View auf den Render View. Hier stellt man jetzt eben seine Einstellungen ein. Das heißt, man sagt, mit welcher Render Node wir arbeiten wollen. Mit Mantra 1. Das ist also hier die. Wir sagen, mit welcher Kamera wir rendern wollen. Das ist der Render Operator Camera. Wenn man echte Kameras hätte, könnten wir diese hier auswählen. Und wir können jetzt einfach noch sagen, ob wir mit Auto Update im Preview arbeiten wollen oder Final. Wenn ich jetzt auf Render drücke, sieht man hier oben einen Balken laufen. Er generiert diese Szene nun. Und da wir eben schon Lichter und ähnliches haben, wird er nach kurzer Zeit anfangen. Hier jetzt also unsere Wolke zu rendern. Und diese wird jetzt eben immer weiter verfeinern, bis wir dann irgendwann zum finalen Bild kommen. Das Ganze ist jetzt natürlich noch nicht klasse beleuchtet und ähnliches. Und das könnten wir noch dann ändern. Das heißt, ich würde dann hier einfach in den Object Kontext zurückgehen, also in den Scene View. Wir könnten jetzt zum Beispiel das Sunlight uns mal hier nehmen, auf die Lichtsituation gehen und hier die Light Color zuerst mal ändern. Und man sieht, das ist so ein wirklicher Echtzeit-Renderer, der jetzt hier also arbeitet. Der versucht das Ganze jetzt also immer wieder neu zu generieren. Aber im Ganzen ist es natürlich noch zu hell, die ganze Geschichte. Wir könnten also jetzt mit dieser Intensity hier natürlich arbeiten. Aber ja, es ist also scheinbar hier nicht die Sonne. Wir gehen mal hier auf die Gesamt Light Intensity und könnten das also hier anpassen. Wie gesagt, wir brechen das Ganze jetzt hier ab. Wir wechseln hier zurück auf den Object View. Sie können jetzt hier, wie gesagt, die Beleuchtung noch ein bisschen anpassen, bis Ihnen das besser gefällt. Und man muss hier im Cloud Light eben auch festlegen, wie diese Beleuchtung wirklich funktioniert. Wir haben also hier eine Lighting-Einstellung, wo wir eben auch nochmal die Light Intensity runterdrehen können. Und wenn Sie wollen, gehen wir nochmal kurz zurückrendern und das nochmal an. Ja, und Sie sehen, damit sehen wir also viel besser unsere Molken-Elemente. Soweit also zu diesem Tutorial. Und das Nächste, was wir machen wollen, ist, wir wollen jetzt ein Objekt aus Cinema 4D hier nach Houdini bringen. Und I should be aware of, wir schauen, sich die M orange zu haben, in der щоб dem Punkt nicht nicht ab. Und dann kommt er zu diesem Weg zum Punkt mit einem verschiedenen Bremium. Und dann kommt er gleich wieder auf den Punkt, der Bus beherst. Vielen Dank.